Ohne Internet-Money nach Mexiko. Unmöglich? Das gleiche, wenn ich sogar mehr Money abwerfen kann, wenn du es in der richtigen Umgebung kaufst. Betreibst du Fasten? Einer sagt gerade, ich würde gerne 15 Kilogramm gesund abnehmen. Hast du ein paar Tipps? Bitte, Bro. Ja, du verbrennst Kalorien. Ja, du nimmst auch ab, aber du wirst dann Skinny-Fett. Ihr müsst euch eins bewusst sein. Jeder Körper hat eine Art von Setpoint. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über eine Tonne. Kann ich denn kommen? Bete zu Gott. Bitte übernimm Kontrolle. Unbekannt YouTuber. Unbekannt YouTuber spendet 2 Euro. Danke für den Support, Bro, erstmal. Und sagt, ohne Internet-Money nach Mexiko. Unmöglich? Wie meinst du das, Bro? Kannst du das nochmal ein bisschen ausführlicher vielleicht beschreiben, was du genau meinst? Meinst du jetzt, ohne im Internet Geld zu verdienen? Natürlich, Digga. Du kannst auch ohne im Internet Geld zu verdienen hierher kommen. Ist halt schon geil, wenn du irgendwie dein Geld online verdienst, in einem anderen Land und dann hier lebst. Oder du suchst dir halt hier Möglichkeiten, wo du arbeiten kannst. Es ist auch nicht, wie sagt man, es ist auch nicht unmöglich, hier geile Jobs zu finden. Auch mit guten Verdiensten. Ich habe eine Freundin hier, die ist auch in derselben Woche wie ich hierher gezogen. Und die kommt aus den Staaten und die arbeitet halt, na, ist eigentlich auch überwiegend online, aber die arbeitet überwiegend mit Mexikanern zusammen an irgendwelchen Projekten am Computer und so. Und die verdient halt gutes Money. Also es ist auf jeden Fall möglich, Money zu machen auch hier. Du kannst auch, also hier gibt es halt auch, man muss ganz klar sagen, es gibt hier noch sehr viele Potenziale. Also es gibt sehr viele Bereiche, die einem als Deutscher auf jeden Fall sehr krass und schnell auffallen werden, wo es halt einfach Potenziale gibt, Dinge besser zu machen. Und wenn du das hast, wenn du das siehst und da reingehst und es nutzt, dann kannst du hier auf jeden Fall auch die ein oder andere Opportunity haben, die du vielleicht in Deutschland nicht hast. Auch investieren ist hier einfacher. In dem Sinne, dass eine Eigentumswohnung hier nicht so teuer ist wie in Deutschland. Aber das Gleiche, wenn ich sogar mehr Money abwerfen kann, wenn du es in der richtigen Umgebung kaufst, so. Weißt du? Deswegen. Also es ist eine schwere Frage, was du mir gerade stellst, aber ich hoffe, ich konnte es hier ein bisschen so jetzt beantworten. Betreibst du Fasten? Nee, Bro. Also ich habe jetzt versucht, das erste Mal das muslimische Fasten zu machen. Dieses Jahr. War eine krasse Zeit. Hat mich sehr geprägt auf jeden Fall. Hat mir einige Erkenntnisse auch gegeben. Aber sonst, eine leichte, abgeschwächte Art von Intermittent Fasting könnte man eventuell sagen, weil ich eigentlich tagsüber versuche, so wenig wie möglich zu essen. Ich frühstücke einmal und dann mache ich eigentlich alles. Also dann gehe ich arbeiten im Sinne von, ich gehe irgendwie ein Video drehen, ich gehe raus, ich gehe hier an den PC, schneide ein Video, gehe live, gehe dann ins Gym. Und wenn ich dann abends vom Gym nach Hause komme, dann esse ich eigentlich erst so. Das könnte man jetzt Intermittent Fasting nennen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden es genau sind, aber ich bin jetzt nicht am Fasten so. Einer sagt gerade, ich würde gerne 15 Kilogramm gesund abnehmen. Hast du ein paar Tipps, bitte, Bro? Habe ich jetzt in dem Stream schon dreimal gesagt und auch schon vorher 500.000 Mal erwähnt, Bruderhead. Zieh einfach durch, Dicker. Zieh einfach durch. Also für mich ist es immer, sorry, wenn es manchmal so rüberkommt, für mich ist es halt immer so selbstverständlich manchmal, dass ich dann gar nicht mehr so richtig drauf eingehen kann, weil in meinem Kopf, ich bin schon viel weiter. Weißt du, wie ich meine? Ich mache das schon so lange und ich habe diese ersten Struggles, die manche Leute vielleicht haben, schon so lange hinter mir gelassen, dass es mir extrem schwerfällt, mich wieder in das Level reinzuversetzen. Weil für mich ist es so, wenn ich was machen will, dann mache ich das. Dann frage ich nicht jemanden oder nach Tipps oder irgendwie so. Ich mache es einfach so, weißt du? Aber natürlich kann ich dir ein, zwei Sachen mit auf den Weg geben. Bro, halt auf jeden Fall Abstand von irgendwelchen Programmen. Ich bin auch kein Fan von irgendwie Fasten oder irgendwie was, um abzunehmen, sondern guck einfach, dass du dein, nochmal, dass du deinen Lifestyle dementsprechend anpasst. Wir wissen alle, was gesundes Essen ist. Wir wissen alle, was ungesundes Essen ist. Wir wissen alle, dass Fressfleisches ungesund sind. Wir wissen alle, dass Süßigkeiten ungesund sind. Chips, Fastfood, dass diese ganze Scheiße ungesund ist. Und wir wissen alle, dass Training dabei hilft abzunehmen. Mach den Fehler nicht und geh drei Stunden auf den Stepper oder irgendwie aufs Laufband oder so, weil du denkst, dass du dann abnimmst. Ja, du verbrennst Kalorien. Ja, du nimmst auch ab, aber du wirst dann skinny fett. Und das will keiner. Des Weiteren ist es so, wenn du Muskeln aufbaust, also geh lieber ins Gym und trainiere, weil wenn du Muskeln aufbaust, umso mehr Muskeln du hast, umso mehr verbrennst du es. Es kann sein, dass du vielleicht auf der Waage schwerer wirst, aber du siehst besser aus. So. Ja, Bruder, wenn du noch irgendwie mehr Kontrolle, also ich bin kein Fan von irgendwelchen Kontrollmechanismen, wie jetzt dein Leben lang Kalorien zu zählen oder so. Ich bin ein Fan davon, einfach zu wissen, was gesund ist, auf seinen Körper zu hören und vielleicht mal für eine gewisse Zeit lang Kalorien zu tracken, um einfach das Gefühl dafür zu bekommen, wie es sich anfühlt, wenn du im Kaloriendefizit bist oder wenn du im Überschuss bist, damit du einfach ein Gefühl davon hast. Und so mache ich das mittlerweile seit Jahren. Wenn ich jetzt Bock habe, abzunehmen, dann höre ich einfach rein. Ich weiß ganz genau, wie es sich anfühlt, wie viel ich essen muss, damit ich im Überschuss bin und wie es sich anfühlt, wie viel ich essen muss, damit ich im Defizit bin, so. Ja. Genau. Also mein ehrlicher Tipp ist einfach, geh trainieren, viermal die Woche, geh viermal die Woche trainieren, trainier gut, trainier hart, nach jedem Training gehst du noch 20 Minuten auf den Stepper, das machst du nicht vorher, das machst du nachher, nach dem Workout. Ganz wichtig, nicht vorher, sondern nachher, vorher vielleicht 5 Minuten zum Warmmachen und hinten raus dann aber nochmal die 20 Minuten. Das ist am allerwichtigsten. Und ernähre dich einfach gesund. Lass die ganze Scheiße weg und dann wirst du abnehmen. Trust me. Ich finde, das Gewicht nach einer Diät zu halten, ist am schwersten. Ja, genau da kommen wir ja dann hin. Wenn du deinen Lifestyle halt langsam Stück für Stück anpasst, dann gewöhnt sich dein Körper da auch. Ihr müsst euch eins bewusst sein, jeder Körper hat eine Art von Setpoint. So. Das heißt, dein Körper hat ein Gewicht und einen Körperfettanteil, in dem er sich am wohlsten fühlt. Und das ist meistens der, wo du dich am längsten deines Lebens befunden hast. So. Das heißt, wenn du dann abnimmst, dann will dein Körper eigentlich wieder dahin. Und deswegen ist es schwer für dich, das zu halten. Wenn du schnell abnimmst vor allen Dingen. Wenn du langsam abnimmst, Step by Step abnimmst und deinen Körper langsam dahin führst, dann kann es sein, dass du deinen Setpoint ein bisschen runter verschieben kannst und dein Körper sich dann nach einer gewissen Zeit, wir sind alle Menschen, sind Gewohnheitstiere, Anpassungstiere. Du musst nur eine gewisse Zeit dann da aushalten und dann wird dein Körper das als deinen Setpoint festlegen. Das ist jetzt ein bisschen, sagen wir mal, das ist jetzt ein bisschen stumpfer erklärt, als es eigentlich ist, aber so eine Art Vorstellung hilft meistens. Mir hat das auf jeden Fall geholfen. Und dann werdet ihr in dem Status auch euch wohler fühlen. So. Ja, man, ich merke gerade, ich muss auf jeden Fall ein Fitnessprogramm machen, Digga. Ja, man, Digga. Ich hoffe, das hat euch auf jeden Fall so im Fitness, im Fitness, im Fitness-Vibe ein bisschen geholfen.